Von den mehreren Tausend PB-Produkten, die es gibt, habe ich eine klare Nummer 1. Das Allround-Set PB8515, wie wir auch wollen. Bei mir zu Hause haben wir das Set auf jeder Etage. So, dass es immer griffbereit ist, wenn es etwas zu Schrauben gibt. Das Set beinhaltet alle 5 Antriebe. Schlitz, Philips, Bozitrive, Innensechskant und Torx. Das sind alle wichtigen Grösse. Zusätzlich hat es dabei einen Phasenprüfer und auch einen Ahlen. Ein lebenslanger Begleiter, die Qualität hat ja ewig. Mein Name ist Christoph Müller. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Müller AG in Langenthal.